Wenn Sie glauben, dass Sie einen sexy Bauch und kräftige Bauchmuskeln nur durch hunderte von schwierigen Sit-Ups, Bauchpressen und Beine anziehen bekommen können, hören Sie jetzt zu. Wenn Sie glauben, dass eine gut entwickelte Oberkörpermuskulatur und definierte Schultern und Arme nur durch stundenlanges Gewichtheben im Fitnessstudio zu erreichen sind, werden Sie überrascht sein. Wenn Sie glauben, dass Sportgeräte sperrig und teuer sein müssen, um effizient zu sein, werden Sie jetzt staunen. Wir präsentieren REWOFLEX EXTREME, die unglaubliche Fitnessneuheit, die so stark und wirksam ist, dass wir eine Garantie darauf geben. REWOFLEX EXTREME, die ultimative Revolution in der Weiterentwicklung des Rads. Die muskelbildende Kraft von REWOFLEX basiert auf der altbewährten Radbewegung. Nichts trainiert Bauchmuskeln zielgerichteter. Die REWOFLEX-Technologie mit unterstützter bidirektionaler Kraft macht die härteste Bauchmuskelübung aller Zeiten leicht und einfach für jedermann. Sie bewegen sich nach vorne, die Spannung der kraftunterstützten Bänder erhöht sich, es entsteht mehr Widerstand und Sie trainieren härter. Wenn Sie zurückgleiten, wird die aufgebaute Spannung langsam freigesetzt und hilft Ihnen in die Ausgangsposition zurück. Sogar Seitwärtsbewegungen sind möglich, um Ihre Rücken- und Bauchmuskeln zu trainieren und um Rettungsringen loszuwerden. In nur sechs Tagen werden Sie bis zu drei Kilo und zwei Zentimeter los, garantiert. Mit REWOFLEX fallen mehr Wiederholungen leichter, das Workout wird leichter und macht mehr Spaß. Das motiviert, dran zu bleiben bis zum gewünschten Ergebnis. Je mehr Sie trainieren, desto mehr Kalorien und Fett verbrennen Sie. REWOFLEX trainiert die oberen, mittleren und unteren Bauchmuskeln und die Rumpfmuskulatur gleichzeitig. Sie erhalten abwechselnd positiven und negativen Widerstand und arbeiten ständig. Dadurch ist REWOFLEX Workout effizienter und bringt bessere und schnellere Ergebnisse als konventionelle Übungen und Geräte. Das ist aber noch nicht alles. Mit REWOFLEX können Sie den Po und die Innen- und Außenseite der Schenkel straffen und sogar die Muskulatur des Oberkörpers, der Schultern, Arme und des oberen Rückens aufbauen. Alles gleichzeitig. Fünf Minuten täglich reichen, Ihren Körper umzuformen von diesem in diesen. In nur 30 Tagen, ehe Sie sich versehen, erscheint Ihr verborgener Waschbrettbauch. Und bei kontinuierlicher Benutzung sind Sie auf dem besten Weg zu Ihrem Traumkörper. Doch beim gut entwickelten Rücken geht's nicht nur um gutes Aussehen. Er ist auch der Schlüssel zu einem fitten, gesunden, aktiven Lebensstil. Genau das bringt REWOFLEX. Sie bauen schnell einen kräftigeren Oberkörper, stärkeren Bauch und Rücken auf. Ihre Golfschläge werden besser. Ein starker Rücken sorgt für Kraft und Ausdauer. Ihr Tennisspiel wird besser. Sie bekommen mehr Energie und Schwung, um bei anderen körperlichen Betätigungen intensiv mitzumachen. Anders als bei sperrigen, teuren Geräten braucht man sehr wenig Stauraum. REWOFLEX Xtreme verfügt über zusätzliche Widerstandselemente für die kraftunterstützten Bänder, damit Sie Ihre Übungen an Ihr Fitnessniveau anpassen und die Intensität weiter erhöhen können, wenn Ihre Form dies zulässt. Zusätzlich erhalten Sie diese praktische Reisetasche, damit Sie REWOFLEX überall hin mitnehmen können. Außerdem die REWOFLEX Workout-Anleitung für Fortgeschrittene, die Ihnen dabei hilft, Ihren Körper zu formen, zu kräftigen und zu stärken. Und die kostenlose REWOFLEX Diätbroschüre mit gesunden, leckeren Rezepten. Sie erhalten REWOFLEX Xtreme mit Elementen zum Einstellen des Widerstands, Gebrauchsanleitung, Reisetasche, Workout-Anleitung und Diätplan. Mit REWOFLEX Xtreme ist alles möglich. Reisetasche 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 Reisetasche